Servus was geht Infrared Gaming ist am Start ich habe eine Nachricht zwei dann waren wir drei drei Absagen gestern bekommen deshalb habe ich das Turnier flach legen lassen gestern und heute wird es einfach durchgezogen Minimum sechs Mitglieder wir haben dann ein neues Turnier Plansystem also das heißt ja spielt alle gegeneinander am Anfang also nicht alle sondern ich spielt so wie die Partien sind drei also sei es drei Leute kommen weiter dann geht ihr in eine Gruppe rein zwei Leute kommen weiter dann geht es Finale so würde ich es dann machen aber ich hoffe für acht Mitglieder dass ihr bescheid wird 18 Uhr heute Turnier über das bescheid dann also vergesst nicht dass das alles über Unfug war halt was gestern war es tut mir echt leid ich habe auf insta nochmal gepostet dass es flach dass es nicht stattfindet und ja und die youtuber halt Leute die hören das jetzt heute erst ja gut dann seht ihr auf jeden fall um 18 Uhr am Start sein aber es kann sein dass ihr ein bisschen später dran seid ihr wisst ja bescheid okay alles klar wir sehen uns um 18 Uhr im Livestream mit dem Fortnite-Turnier also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag bis dorthin bis deine Hautrinne euer Infrared Gaming Ciao